Hallo zusammen, willkommen bei Entertainment Express. Heute nehmen wir Sie mit in die Welt der Kunst, um mehr über das bevorstehende große Ereignis in Taipei zu erfahren, die Taipei Art Expo. Diese Veranstaltung ist nicht nur ein Paradies für Kunstliebhaber, sondern auch eine ausgezeichnete Gelegenheit, den Charme der zeitgenössischen Kunst zu erkunden. Die Taipei Art Expo ist eine der einflussreichsten Kunstveranstaltungen in Asien und zieht jedes Jahr Künstler, Galerien und Sammler aus der ganzen Welt an. Hier können Sie eine Vielzahl von Kunstwerken aus verschiedenen kulturellen Hintergründen bewundern, von zeitgenössischen Gemälden und Skulpturen bis hin zu Installationskunft. Jedes Werk ist voller Kreativität und einzigartiger Perspektiven. Die diesjährige Kunstmesse wird Werke von über 200 renommierten in- und ausländischen Galerien präsentieren, darunter auch Kreationen von führenden globalen Künstlern. Ob Sie das Potenzial neuer Künstlerentdeckung oder eine Sammlung klassischer Meisterwerke suchen möchten, dieser Ort wird Ihren Bedürfnissen gerecht. Während der Messe finden auch mehrere Kunstvorträge, spezielle Diskussionen und Live-Kreationen statt, die es Ihnen ermöglichen, den künstlerischen Schaffensprozess und die Geschichten dahinter besser zu verstehen. Neben dem umfangreichen Ausstellungsinhalt ist die Taipei Art Expo auch eine Plattform für den Austausch, wo Künstler, Sammler, Kuratoren und Publikum interagieren. Ihre Leidenschaft und Einsichten in die Kunst teilen, ob Sie ein Kunstprofi oder ein allgemeines Publikum sind. Dies ist ein idealer Ort, um in die künstlerische Atmosphäre einzutauchen. Die Taipei Art Expo hat mit ihrem hochwertigen Ausstellungsinhalt und ihrer internationalen Perspektive die Aufmerksamkeit zahlreicher Kunstbegeisterter auf sich gezogen. Dies ist ein Kunstfest, das Sie nicht verpassen sollten. Lassen Sie uns gemeinsam diese Welt voller Kreativität und Inspiration erkunden. Ich bin Entertainment Express. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020